Ja und damit meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zu einer neuen Tierlist und das wäre heute Digimon. Ja meine Freunde, was soll ich dazu groß sagen? Wir werden heute die Digimon Adventure Digimon, also Partner Digimon einordnen oder beispielsweise ich. Ihr könnt mir eure Liste in die Kommentare schreiben, wer bei euch erst hier ist, wer bei euch im Schrott landet, das könnt ihr ganz gerne tun. Eine Sache muss ich allerdings sagen und das ist an die gerichtet, an die Leute, die ganz gerne ein Dislike hier lassen, also könnt ihr ganz gerne tun, also legit. Ich bin ein kleiner Kanal, mich und selbst wenn ich 10.000 Abonnenten hätte, mich jucken Dislikes nicht. Also es ist mir nur aufgefallen, dass bei den letzten drei Reaction Videos einfach ein Dislike vorhanden ist, also bei Fairytale in Minuten Reaction. Bei Teil 1 ist es irgendwie ausgewogen, vier Likes, drei Dislikes, danach bei Teil 2 nur ein Dislike. Und beim letzten, was gerade eben, also um 12 Uhr am 26. hochgeladen wurde, wahrscheinlich werde ich das Ding auch noch heute hochladen, deswegen ist es zeitnah auch schon ein Dislike. Ich habe keine Ahnung, warum. Es wäre schön, wenn ihr wirklich mal was dazu schreibt. Und wenn ich nicht eure Anforderungen spreche, dann lasst doch selbst das Dislike-Verhältnis machen. Also, ich meine, ich reagiere auf meine Weise drauf, wenn es euch nicht passt, dann ist es nicht mein Problem. Bei Smash or Pass zum Beispiel habe ich sieben Likes und ein Dislike. Monster Hunter Stories ist wahrscheinlich nicht so wirklich gefragt, warum auch immer. Ähm, ja. Ist mir aber relativ egal. Deswegen bin ich froh, ein kleiner Kanal zu sein. Ich kann machen, wie ich möchte. Für mich ist mein Kanal mehr sowas wie, äh, ähm, ein Tagebuch. Ähm, deswegen kann ich auch so viele verschiedene Sachen bringen. Meine, ich glaube, mein treuester Abonnent Firefox ist, ähm, derjenige, der hier schon am längsten am Start ist. Und auch wenn er nicht immer was schreibt oder macht oder tut, ähm, er findet das ganz geil, dass ich halt viele verschiedene Facetten habe auf meinem Kanal. Und ja, für solche Leute ist es gerichtet, äh, dass ich, ähm, natürlich so meinen Kanal, wenn ich jetzt Geld verdienen wollen würde, komplett zur Sau mache. Verständlich. Aber, yo, ich bin kein, äh, Souls-Youtuber. Ich bin kein, ähm, ja, Gaming, also reiner Gaming-Youtuber. Ich, äh, bin ein Random-Youtuber, der einfach das macht, worauf er Bock hat. Und, ähm, ja, wenn euch das stört, wie gesagt, juckt mich nicht. Für mich ist es halt einfach mein Tagebuch und gut ist. Ähm, ja, fangen wir aber jetzt mal an mit, ähm, ah, das ist noch von der Folge. Hä? Geil. Das ist jetzt wieder gut. Ah, das ist die Seiten-Ding. Ähm, deswegen konntet ihr auch schön drauf gucken, was ich meine. Das finde ich auch schön. Deswegen mache ich meist auch einfach, äh, eine Fensteraufnahme. Dann seht ihr auch, was ich meine an der Stelle. Sieht man das eigentlich, wenn ich jetzt hier draufgehe? Ah, nicht ganz, ne? Das ist abgeschottet. Hier, guckt euch das an. Ähm, also, ich seh mir das trotzdem an, auch, ähm, wenn ich eigentlich keinen Fick draufgebe, weil ich einfach wissen möchte, wie kommt was an? Kommt jetzt was weniger gut an? Kommt jetzt was sehr gut an und so weiter, ne? Äh, das ist so dumm. Äh, da, 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 da. So, machen wir das wieder on point. Und ich bin halt technisch nicht so visiert, äh, es ist mein Hobby, ne? YouTube möchte ich auch euch ganz gerne nochmal sagen an der Stelle. Ähm, und da juckt es mich halt auch nicht, was mit diesem Kanal passiert. Ich habe einen festen Job, ich verdiene meine fast 4K, also, äh, juckt mich halt an der Stelle gar nicht. Ähm, ja. Und ich werde erst in den Kanal investieren, wenn ich monetarisieren kann, selbst Geld verdiene und so lange schmeiße ich nichts und, ja, in den Rachen rein, was dann am Ende eh nichts bringt. Ähm, ja, das sage ich schon mal dazu. Aber sobald ich mal Geld verdiene und so und, ähm, also hier noch ein bisschen was und dann werde ich auch noch ein bisschen streamen und irgendwann werde ich vielleicht sogar, wenn ich davon leben kann, also, ne, streamen. Na, aber das geht noch ein paar Jährchen, ne? Also, vielleicht werde ich erst mit 40 Jahren, ne? Mal. Und der Kanal lebt ja schon neun Jahre. Ich habe den früher gar nicht geführt, das sei mal auch dazu gesagt. So mal zu mir. Ähm, wenn ihr mal ein FAQ haben wollt zu mir, dann kann ich das gerne machen. Ähm, ja. Und da ich in der Schweiz wohne und so gut verdiene, also so gut ist übertrieben, aber für Schweizer Verhältnisse bin ich im Mittelbereich. Genau. Mit meinem fast 4K mit 80%. Ähm, ja. Und ich habe keine Ausbildung gemacht und bekomme trotzdem so viel. Also, du musst einfach die Nische finden und dann let's go. Da ist es bei euch in Deutschland ein bisschen schwieriger. Da braucht ihr weiß nie was für Anstellungen und, äh, 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 was auch, äh, für, ähm, ja, Weiterbildungen, um überhaupt so viel Cash zu machen, ne? Aber gut. Also, wo fangen wir hier an, Freunde? Ähm, ich glaube, wir fangen bei Argumon an. Und da muss ich halt sagen, weil es halt einfach, es ist S-Tier, ne? Ja. Also, eigentlich ist die ganze Reihe bis auf Koromon, das ist B-Tier. Äh, weil, ja, das hast du am Anfang ein paar Mal gesehen oder, äh, wenn es sich zu Metal-Greymon digitiert hat, ähm, dann, dann wurde es wieder zu Koromon, aber an sich, äh, es ist halt B-Tier. Keine Ahnung. Gefällt mir auch vom Design nicht. Da gefällt mir absolut, ähm, hier, ähm, wie hieß es nochmal, ähm, Gabumon. Ich weiß, ich hab's früher anders ausgesprochen, aber egal. Ähm, Garuhumon, absolutes S-Tier. Ja, das ist für mich Art hier, sorry. Also, ähm, weil das halt einfach das geilere Design ist. Ähm, das da hier ist, ähm, weil wäre Garuhumon ist wie der S-Tier. Sag ich euch, wie es ist. Ich liebe so Wölfe, ich liebe alles daran. Ähm, so mechanischen Stuff finde ich einfach bescheuert. Bei Pokémon genauso. Ich meine, äh, bei Karmicin und Purpur, das, äh, ähm, ähm, Meraidon finde ich absolut beschissen. Äh, Koraidon hingegen. Ich feier das Ding. Hier Zudomon ist Art hier. Ich mag das Horn. Ich mag das Design. Das hier. Was soll das sein? Was soll das sein? Weil, ja, sieht aus wie ein Flabber, ne? Also, genau dasselbe in... Da kommen eigentlich praktisch alle Baby-Pokémon rein. Vor allen Dingen, ähm, wo ist, äh, hier? Genau. Das Ding hier wiederum ist süß. Das ist schon fast Art hier, Mann. Also, also, wer das nicht feiert, ich weiß es ja nicht. Das Ding ist so süß bei TK. Ähm, ja, das Ding kannst du in B-Tier knallen, weil es ist nicht wirklich hässlich, aber, ja, ist auch nicht wirklich cool. Hier, Gomamon. Absolut, äh, Spitzenklasse. Ikakumon. Ja, ich feiere das Design an sich, ne? Seelöwe, glaube ich, irgendwie sowas. Ähm, mit Horn. Äh, macht, macht was her, aber ist halt keine Art hier in meinen Augen. Äh, Tentomon, da muss ich jetzt leider sagen, gehört für mich eher in die Kategorie, was... Ja, was soll das sein? Ist übertrieben, aber, ähm, so das Design geht hier Richtung A. Kaputeremon, Mega-Kaputeremon und Herkules-Kaputeremon. Ja, ihr merkt schon, das geht alles Richtung A hier. Aber weil das Design richtig cool ist, es ist ein Tier, was man kennt, ne? Ein Hirschkäfer. Ähm, Biomon ist ein B-Tier. Also, gefällt mir, aber gibt halt nichts her, so vom Design. Äh, Bördramon hat für mich den Phönix, geht auf A-Tier. Garudamon, habe ich gestern erst mit meinen Kids geguckt, die erste Digitation zu Garudamon. Gegen, ähm, Meotismon. Äh, was ist das? Ähm, ah, du bist das Ding. Ähm, ja, das B-Tier in meinen Augen. Also, ich weiß nicht mal mehr, wie es heißt, weil das ist eine Random-Diktation, die es eigentlich in Adventure gar nicht gegeben hat. Ja. Hat... Hat Sora... Wirklich Rosem- Äh, Sora, Mimi, Wirklich Rosemann gehabt? Ich weiß gar nicht. Ich weiß, dass es eine weiterhin, so, eine Digitationsstufe drüber auch dazu werden kann, aber... Weil ich habe ja Digimon Cybersloth gespielt, also... Oder wie hieß es im Original? Cyberslöw? Ich kann, ich hasse den Namen. Ähm, hier... Also, ich glaube, in Schrott wird praktisch nichts reingehen, weil es sind keine Schrott-Dinger, aber ich wollte es trotzdem haben, falls wir wirklich mal ein Digimon haben, was Schrott ist, dann könnten wir es in Schrott reinballern. Ähm, das Ding kenne ich auch nicht, ähm... Wisst ihr was? Wir werden Schrott umbenennen. In... Fragezeichen. Weil ich werde Digimon nicht bewerten, wenn ich sie nicht kenne. Weil, das ist einfach unfair. Klar kann ich sie vom Design bewerten, aber... Das Ding... Ich weiß nicht. Sagt mir ja gar nichts. Ähm, anders wiederum... Was soll das? Das kenne ich auch nicht. Ich weiß nicht mal, von wem das... Ist das von Bookamon? Hier? Ja, ich glaube, das ist Bookamons. Erste Entwicklungsstufe. Ähm, rein von... Also, sein Baby-Level. Ähm... Es wäre eigentlich ein Athea, vom Süß... Äh, von der Süßigkeit her. Das könnte man hier zu... Zum... TK... Klatschen, ne? Was soll das sein? Also, ich hab's auch schon gesehen, aber... Und das soll von... Hä? Ich kenn doch nur das Ding. Äh, egal. Wir werden das... Bewerten, was wir hier sehen. Deswegen... Ähm... Ey, das ist unfair. Wir machen das hier rein. Weil das sind wirklich alles B-Tier-Digimon. Ähm... Ich finde cool, zum Beispiel, dass... Dass es... Sowas gibt. Das hier finde ich ein ganz geiles Design mit... Togemon. Lillimon ist... Ja... Schon fast B-Tier, legit. Aber Rosemann, absolutes S-Tier. Äh, wie sieht's eigentlich aus hier? Ja, langsam kommt mein Bild in die Bredouille. Soll ich das switchen? Wär vielleicht ein angemessener... Take an der Stelle. Ähm... Weil Fragezeichen werden wir nicht mehr haben. Ähm... Weil... Das Ding, ähm... Ja... Sieht aus wie ein... Die Vorstufe von... Wie hieß es nochmal? Ähm... Von... Oh... Sag kurz... Von diesem Eisbären. Na? Das sieht so knuffig aus. Kannst du... Kannst du wirklich hier auch direkt dazulegen? Ähm... Sal... Salamon, glaube ich. Ja, B-Tier. Absolutes B-Tier. Das Ding ist... Hier zu Koromon kann ich nichts abgewinnen. Eine Hobbykatze mit, äh... Äh... Sieht da... Sieht aus wie ein Scheißhaufen mit, äh... Mit Schwanz. Nur in gelb. Das Ding geht leider unter... Flubber. So... Ey, verpiss dich. Ähm... Dann haben wir hier Batamon. Das ist... Das Art hier. Mit Abstand. Ich liebe das Design. Ähm... Gatomon Art hier, äh... Art hier, genau. Ich liebe das Design, genau. Ähm... Ähm... Was haben wir hier? Ist das Angemon oder... Also Angewomon? Das ist erst hier. Ich liebe das Design. Hier... Sudomon... Ist Art hier. Ne, eigentlich schon fast B-Tier. Ne, das ist Art... Ähm... Art hier und das Ding ist B-Tier. Weil das Ding... Ne... Weikmon oder wie hieß das Ding? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Hier wiederum... Ich weiß zwar nicht, wann er sich zu Surafimon digitiert hat, aber mir gefällt das Engel-Design am wenigsten. Ähm... Deswegen kommt es ins B-Tier. Hier im Gegensatz zu Angemon, was absolutes S-Tier ist und Magna Angemon, auch epic für die Serie. Ja, und das wäre so meine Liste. Wenn ich es jetzt hier noch einordnen müsste, wäre Wargreymon, absolutes Top-Tier. Dann wäre Garuhomon. Hallo, du bist nicht auf Platz 1, Bro. Dann Garudamon. Legit. Rosemon. Lady... Ne, sogar... Angewomon kommt da vor. Dann hier... Greymon. So ungefähr würde ich es einstufen. Von den S-Ring. So. Und ich glaube sogar... Garuhomon geht über Metall... Metall Greymon. Weil... Ja, es ist einfach episch, das Ding. Vor allem Ding auch von Tentumon cool. Also von dem Sprecher von Tentumon wirklich cool rübergebracht. Er hat die legendäre Hautmythril oder so. Das war wirklich episch. Und dann aber im Gegenzug dann noch so gesagt von wegen... Wo er gefragt wurde, was ist Mythril? Ja, keine Ahnung. Das war so ein Joke nebenbei. Aber okay. Ähm... Vom A-Tier... Würde ich ganz ehrlich sagen... Ähm... Hier... Äh... Leider ist die Caputeremon-Reihe ganz zum Ende hin. Ich finde das Design cool, dass es einen Käfer so gibt, der an uns rechten... An das echte Leben an... Ne... Angeglichen wird. Aber... Ja... Und auch Togemon. Ich finde die Designs nicht schlecht. Wie gesagt, sonst wären sie nicht mal A-Tier. Aber das gewisse Etwas... Haben diese Dinger hier. Ja... Und ich glaube sogar Batamon würde ich zu Angemon... Äh... Zu Gabumon rüberknallen. Ähm... Ja... Ungefähr so würde ich das Handhaben. Ähm... Bei dem B-Tier... Hier... Der kommt ganz ans Ende. Ja... Das kann man sogar so lassen. Legit... Weiß es nicht das Schlechteste. Aber bitte... Lillimon... Hier... An die Stelle. Und da die Fragezeichen... Die drei... Die kann ich einfach nicht eruieren. Weil die hat man entweder... Selten gesehen. Oder in anderen Animes. Oder... Also... Von Digimon. Oder halt... Ähm... Alternativ in Games. Aber... Ja... Legit habe ich keinen der drei jemals... Verwendet in einem Digimon-Spiel. Ähm... Ich habe höchstens mal... Wenn ich irgendwas brauchte... Von einem der Digimon... Da habe ich die... Zum Beispiel bei Cybersloth... Ich nenne es jetzt einfach so... Hoch digitiert... Zu diesem einen... Was ich brauchte... Hab den Move... Gepickt... Bin zurück digitiert... Und hab mir wieder... Meine eigene... Eigentliche Evolutionslinie... Zurück... Gebastelt... Aber sonst... Die A... Keine Ahnung... Das wäre meine Tierliste... Für Digimon... Und... Das fand ich eben direkt cool... Dann konnte ich das mit den Dislikes... Auch mal ansprechen... Also... Ich weiß nicht... Was das gerade für eine Dislike-Welle ist... Aber... Ich mache mir da wirklich nichts draus... Also... Ist mir nur aufgefallen... Und... Ich sage euch nochmal... Schreibt doch was scheiße ist... Wenn ihr mich scheiße findet... Dann guckt mich doch nicht... Und... Und schmeißt mich einfach... Einfach ein Dislike rein... Das ist... Ich... Ich gucke auch viele nicht... Aber deswegen... Weil sie mir nicht bocken... Aber deswegen... Schmeiße ich noch lange kein Dislike rein... Also... Macht halt keinen Sinn... Aber gut... Muss jeder für sich selbst wissen... Meine Bilanz ist... Egal... Für mich... Ich mache es... Weil ich Freude habe... Am Videos drehen... Und weil ich... Euch einfach mitnehmen möchte... An die, die Bock haben... Und wer nicht... Ja... Soll nicht dabei sein, ne? Ähm... Kleine Vorwarnung... Ab... Folge 9... Glaube ich... Von... Warte mal... Ich muss kurz gucken... Folge 8... Ja... Ab Folge 9... Haben wir... Ein Ortswechsel... Sag ich euch jetzt schon... Denn ich gehe... Zu meinem besten Freund wohnen... Und da habe ich dann... Äh... Zum Teil... Mehr Zeit zum Aufnehmen... Und... Äh... Wird auch anderen Content geben... Noch ein bisschen... Weil... Ja... Er halt dabei ist... Oder... Er wird mit dabei sein... Wenn ich aufnehme... Das kann auch sein... Das heißt... Ihr werdet immer mal wieder ein Geblubber... Daneben hören... Hey... Das ist so geil... Dass ich einfach wirklich machen kann... Wie ich möchte... Und andere... Die alten strikten... YouTube Channel haben... Zum Beispiel wie... Jack FromSoft... Wenn er plötzlich Pokémon spielen würde... Bei ihm würde keiner mehr zuschauen... Ähm... Würde ein Sifiron... Plötzlich mal... Dark Souls... Auf seinen Pokémon Kanal bringen... Würde keine Sau ihn mehr gucken... Und damit würde er sich... Eine Einnahmequelle kaputt machen... Und da ich ja nicht von YouTube lebe... Und nicht davon... Ja... Abhängig bin... Kann ich halt hochladen... Was ich Bock habe... Na... Da kann ich ausprobieren... Und... Zur Hölle... Ich bin kein YouTuber... Der... Sich nach Regeln richtet... Ist mir scheißegal... Was mit meinem Kanal... An der Stelle passiert... Legit... Äh... Ob... Ob ich weiter auf meine 600 Abos rumballer... Ähre an Leute... Also an die Leute... Die mich abonniert haben... Oder... Ob... Äh... Ich auf... 10.000 Abonnenten... Äh... Geballert werde... Weil... Ich bin nicht geldgierig... Ne... Ich weiß nicht mal... Was ich mit meinen 4... Fast 4K anstellen soll... Ich hab immer noch... Ich kann euch gerade sagen... Ich hab immer noch... Nach allen Rechnungen... 1200... Ähm... Schweizer Franken... Auf dem Konto... Und weiß nicht... Was damit anfangen... Ja... Andere sagen jetzt... Ja... Support einen Streamer... Oder... Kauf dir was Schönes... Blablabla... Mach Ferien... Jungs... Also... Dann kennt ihr mich schlecht... Ich mach keine Ferien... Äh... Ich weiß legit... Ich hab auch kein Auto... Oder so... Ähm... Ich weiß nicht... Wo ich das Geld lassen soll... Also... Ich lebe wie ein... Gefühlter König... Ohne... Den ganzen... Das darf den anderen haben... Und ich meine... Ich hab 4 Kinder... Und komme dadurch... Ja... Meine Partnerin geht 40% arbeiten... Hat 2 Sex zu Hause... Also... Hm... Wenn die komplett arbeiten würde... 100%... Äh... Hätte die auch fast 6K... Also... Im Alleingang... Also... Na... Also ihr seht... Hm... An Geld fehlt's mir nicht... Also... Hm... Klar... Vielleicht irgendwann mal einen Werbepartner haben... Der... Mich dann supportet... Okay... Aber... Ich bin auf sowas nicht angewiesen... Und das... Macht zu viel... Mit... Einem... In Sachen Freiheit... Du bist... Zu nix gezwungen... Andere wie gesagt... Sind zu allem gezwungen... Ich meine... In Hand of Blood... Oder wer auch immer... Braucht... 3... 4... 5 Kanäle... Die er dann irgendwie... Unterhalten muss... Wo er Leute einstellen muss... Eine ganze GmbH... Nur damit... Seine... Kanäle laufen... Also... Ich weiß nicht... Also für mich wäre das gar nix... Ich will alles komprimiert... Auf einem Scheißkanal... Ähm... Ja... Wenn ihr es nicht feiert... Dann wartet auf ein nächstes Video... Vielleicht gefällt euch das dann... Äh... Ne... Oder... Zum Beispiel... Ähm... Gutes Beispiel... Firefuchs... Der mag Elden Ring... Dark Souls nicht... Der guckt Pokémon Content... Was kam die letzte Zeit... Nix mehr Pokémon... Na... Also... 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 Ne... Aber er... Wäre niemals jemand... Der mir ein Dislike reindrückt... Nur weil jetzt gerade kein Pokémon Content kommt... Oder... Weil jetzt irgendwas kommt... Was ihn nicht interessiert... Ne... Also... Der ist einfach gestrickt... Ich liebe ihn dafür... Wirklich... Nicht so hochgradig... Ähm... Jemand der auf qualitativen Stuff Wert legt... Oh... Es muss 1080... Äh... Ähm... P sein... Klar... Jetzt mach ich mittlerweile... 1080... Äh... 1080p... Ja... Mach ich mittlerweile... Ähm... Weil ich's kann... Ähm... Aber... Jo... Who cares... Andere wollen 4K-Auflösung... Also... Das ist komplett... Äh... Stupid... Also... Ich bin aus der 91er-Generation... Wer zum Fick... Möchte da... Irgendwie... Äh... Äh... Ja... Ihr wisst, was ich meine, ne... Also... The real talk... Also... Die... Die nur noch grafikgeil sind... Das sind... Also so Grafikschlampen... Sorry, Leute... Ich meine... Mein eigener Onkel ist eine Grafikschlamp... Das hab ich ihm schon ins Gesicht gesagt... Dass er eine ist... Er so... Ja... Bin ich mit stolz... Und dann ist so... Ja... Aber... Ähm... Jammer nicht, wenn ich dich so nenne... Weil... Hm? Äh... Mir sagt das halt nichts... Und als ich ihm einmal gesagt habe... Meine PS5... Hat die gleiche Grafik wie sein... High-End... PC... Huuuuh... Was bist du... Du bist so ein Arschloch... Und bla bla bla... Das geht doch gar nicht... Das ist doch nicht wahr... Schau da... Das ist viel präziser... Ich seh das nicht... Ja... Und ich hab eins zu eins... Den Fernseher mit meiner PS5 angeschlossen... Blibla... Neben seinen PC gestellt... Hab Bildschirm an Bildschirm... Hab extra den gleichen Bildschirm genommen... Dass die Übertragung... Das gleiche ist... Nicht, dass ich einen schlechteren... Oder einen besseren hätte... Oder so... Oder dass er... Einen besseren... Monitor hätte... Als ich so... Äh... Dass das besser aussieht... Nein... Wir haben es eins zu eins verglichen... Äh... Er sieht da Unterschiede... Und ich nicht... Also... Ich muss sagen... Ich bin da raus... Was Grafik angeht... Für mich... Äh... Sieht das schon gleich aus... Also... Das Einzige... Was ich sagen muss... Auf der PS5... Sieht Elden Ring... Einen Ticken schlechter aus... Als... Ähm... Auf dem PC... Warum ich es da sehe... Ich... Ich halte mich da raus... Also... Ich... Ich weiß nur... Dass es so ist... Ähm... Aber... Juckt mich halt im Endeffekt nicht... Weil... Ähm... Ich könnte jetzt noch... Wenn das noch gehen würde... Meine alte... Batman-Diskette rauskramen... Also... Die viereckige Scheiße... Von damals... Und... Reinstecken... Wenn... Wenn es noch... So ein PC gäbe... Ich glaube es gibt es gar nicht mehr... Aber... Könnte ich da immer noch reinstecken... Und loszocken... Andere würden da Augenkrebs bekommen... Und ich denke mir so... Das ist... Das ist Nostralgie... Und das ist einfach geile Scheiße... Und... Ähm... Das habe ich gefeiert... Auch wenn es Pixel-Grafik war... Andere... Wie gesagt... Kriegen Augenkrebs dabei... Ja... Ich weiß nicht... Und... Äh... Ich muss mir jetzt anfangen... Meine... Community zu... Kreieren... Zu... Ähm... Manifestieren... Wo es noch geht... Wenn ich mal... 10.000 Zuschauer haben sollte... Funktioniert das nicht mehr... Dann kann ich zwar immer einzelne wegkicken... Ne... Äh... Verbannen von meinem Kanal... Aber... Das ist eigentlich nicht mein Ziel... Ich möchte schon eine Stamm-Community... Aufgreifen... Und... Ähm... Na... Da möchte ich schon gucken... Dass... Äh... Alles passt... Na... Also... Zeige ich euch wie es ist... Ähm... Eine Stamm-Community... Die... Äh... Weiß... Was ich für Werte an den Tag lege... Die... Die meinen... Stuff... Appreciated... Welchen ich pflege... Wie eben... Firefox... Das ist mein... Wirklich... Lieblings... Ähm... Mensch... Den ich auch schon via Discord gesprochen habe... Jetzt leider schon lange nicht mehr... Ich habe keine Zeit mehr gehabt... Ich musste arbeiten und so weiter... Aber... Ähm... Er wirklich... Er ist schon fast wie ein Bruder... Ein kleiner... Für mich... Und... Äh... Äh... Er kann mir auch Tipps und... Äh... Tricks... Sagen... Er darf mich... In jeder Form kritisieren... Der kann mir jetzt ruhig auch mal sagen... Was ich für ein Esel heute war... Das ist mir scheißegal... Aber... Das ist weil er bei mir einen anderen Stand hat... Scheiß Insekt... Verpiss dich... Ähm... Ja... Das sei mal dazu so gesagt... Ähm... Du hast... Du hast ein Echo im Mikrofon... Deswegen... Äh... Dislike... Oder... Oh... Du bist... Du bist am Stottern... Dislike... Oh... Du wiederholst dich drei, vier Mal... Dislike... Ähm... Er nimmt einen als Mensch... Und das... Feier ich... Weil... Für heute... Also für die heutige... Symptomatik bei YouTube... Sehe ich einfach... Wenn du stotterst... Wenn du... Nicht in... Das YouTube-Schema reinpasst... Wirst du weggeflamed... Oder... Wirst du wegge... Äh... Weggeekelt... Aber jo... Wenn ihr mich anpisst... Dann banne ich euch einfach von meinem Kanal... Dann... Juckt mich... Äh... Euren Senf auch nicht... Also... Na... Ehrliche Kritik... Die eben... Mein Content betrifft... Hey... Ähm... Es wäre schön... Wenn du zuerst nachdenkst... Bevor du redest... Weil du stotterst öfters... Ähm... Dann... Kann ich sagen... Ja... Dankeschön fürs Feedback... Ich weiß das... Ich arbeite daran... Ähm... Ja... Ich bin halt Legastheniker... Und... Nur... Wegen diesen Videos... Kann ich überhaupt so gut reden... Nur... Weil ich... Auf meiner Arbeit so viel rede... Kann ich so gut reden... Früher konnte ich nicht mal einen Satz rausbringen... Ohne... Zu stottern... Ohne... Irgendwas... Ja... Manchmal weiß ich auch Wörter nicht... Deswegen stammle ich dann was rum... Aber... Das bringt mir dann auch nichts nachzudenken... Weil ich... In dem Moment nicht auf das Wort komme... Ne... Nur mal so... Und... Ich hoffe... Ich konnte nochmal ein bisschen Einblicke geben... In... Mein Leben... Wie gesagt... Wenn ihr ein FAQ mal haben wollt... Von mir... Dann... Schreibt mir das mal unten in die Kommentare... Freunde... Was... Ihr für Fragen an mich habt... Dann werde ich mir das... Auflisten... Ne... Dann... Werde ich mir ein Skript schreiben... Äh... Und Punkt für Punkt abgehen... Ähm... Ja... Weil meistens mache ich einen One-Taker... Und... Wie ich labere... Labere ich dann halt... Ne... Also... Hm... Und das merkt man halt... Öfters bei den Guides... Ähm... Dass ich... Nicht weiß was ich rede... Oder... Beispielsweise... Doch... Ich weiß schon was ich rede... Aber irgendwas rumstammel... Weil ich... Ähm... Die genauen Worte nicht weiß... Also... Die Fachbegriffe... Und... Ja... Ich lerne mir das halt auch nicht auswendig... Da müsste ich wirklich schon fast ein... Äh... Eine Wandtafel neben mir haben... Wo ich alles Wichtige so... Äh... Aufgeschrieben habe... Ja... Oder... Einen ganzen Block... Aber das ist nicht so mein Stil... Ehrlich gesagt... Ich würde jetzt ganz gerne... Free... Hands halten... Weil... Das ist am authentischsten... Und kommt nicht gekünstelt drüber... Ähm... Ja... Und ich... Ich hasse es... Irgendwas vorzuspielen... Irgendwas... Ähm... 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 Ja... Ich hasse es unauthentisch zu sein... Da drücke ich lieber... Zehnmal mehr rum... Als dass ich irgendwie... Alles per Script... Ablese... Und... Äh... Sorry... Nee... Also... Absolut... Lost an der Stelle... Ja... Ich habe wieder viel zu lange gequatscht... Ich wollte es mir einfach mal von der Seele reden... Ähm... So... Wir haben jetzt genug... Äh... Kannst aufhören... Wir haben es gesehen... Und das ist mir... Sag ich einfach mal so... Scheißegal... Was du gesehen hast... Wenn es dich nicht mehr juckt... Dann guck es nicht an... Freundchen... Also... Bei aller Liebe... Ist ja nicht so... Als wäre YouTube nicht voll von Videos... Also... Du kannst dich... Von morgens... Also wirklich... Du könntest... Du könntest dir legit... Von morgens... Bis abends... Äh... Leute dann gucken mit... Pokémon... Dark Souls... Ähm... Was gibt es noch? Ähm... League of Legends... Ähm... WoW gibt es sicher auch noch ein paar... Ähm... Mario... Äh... Zum Beispiel... Ähm... Wie hieß der nochmal? Ist egal... Ähm... Auf jeden Fall... Ach... Hübi... Genau... Hieß er... Ähm... Was gibt es noch? Zelda... Meister... Zum Beispiel für Zelda-Content... Ne... Also... Es gibt so... Unglaublich... Vielen... Äh... Viele... YouTuber... Die... So viel... Stuff... Rein posten... Und wenn euch mein Content nicht gefällt... Es gibt genügend Abwechslung, ne... Dafür müsst ihr nicht einfach ein Deslike reindrücken... Oh ja... Jetzt hab ich 10 Minuten verschwendet... Und ich glaube... Es... Es... Hat auch mit diesem einen Video zu tun... Von Elden Ring... Äh... Wo es darum geht... Ähm... Ähm... Den Feuerriesen zu skippen... Für ein Erfahrung Asula... Und... Ähm... Leute... Lesen nicht... Sie sehen das Video... Lesen aber unten nicht... Dass das Video schon 2 Jahre alt ist... Und denken... Das funktioniert immer noch... Leute... Ich hab das Ding... Jetzt sag ich's mal... On Cam... Real Talk mäßig... Ähm... Wie wär's mal mit Lesen... Ob's wenigstens... Äh... Wenn's 2 Jahre alt ist... Würde ich's mal... In die Kommentarsektion... Also in der Kommentarsektion versuchen... Oder in der Videobeschreibung... Ich hab... Extra... Was dazu geschrieben... Dass es ab 1.04... Nicht mehr funktioniert... Und das ist der Punkt... Freunde... Ich lass es nur noch oben... Weil Leute... Ihr Spiel... Downgraden... Egal ob es mit CD... An der PS5 ist... Oder am PC... Wo man... Ähm... Sich... Downgraden kann... Auf die Version... Die man haben... Möchte... Und dann kann man... Auf der Version... Den Glitch genau noch... So funktional... Verwenden... Es ist für die Leute gedacht... Die... Die sich denken... Hm... Was ging... Noch... Was gibt's für Glitches... Welchen könnte ich... Ab wann noch verwenden... Zum Beispiel für Speedrunner... Na... Das ist unglaublich wichtig... Für einen Speedrunner... Dass er den Glitch hat... Weil... Dann spart er sich... Das ganze Eisgebiet... Er spart sich... Das ganze Eisgebiet... Ne... Ist zwar nicht Glitchless... Aber... Für Glitches... Ist... Elden Ring Speedrun... Glaube ich... Das ist eines der... Wichtigsten Glitches... Die man braucht... Ne... Wenn du einfach... Eine ganze Region... Skippen kannst... Weil da geht es ja darum... So schnell wie möglich... Das Spiel durchzuspielen... Hm... So mal an der Stelle... Nur... Mal angemerkt... Und deswegen ist das Video nicht gelöscht... Ansonsten... Würde ich das löschen... Das wäre schon lange nicht mehr auf YouTube... Und ich glaube... Das ist so ein Rachakt... Von den Leuten... Die jetzt... Eine Stunde lang rumgefurzt haben... Und gedacht haben... Jetzt habe ich eine Stunde verschwendet... Von meinem Leben... Ja sorry Bro... Lesen ist Kunst heute oder was... Also... Das ist sowieso etwas... Was ich von YouTube... Nicht... Mag... Dass alles kritisiert wird... Alles zerrissen wird... Was nicht... Dem entspricht... Ich meine... Egal ob es... Assassin's Creed Shadows... Oder wie das neue... Assassin's Creed heißen wird... Ähm... Das Ding wird komplett in der Luft zerrissen... Nur weil... Ein... Dunkelhäutiger... Ein... Der Sassine wird... Ähm... Aber dann... Im Umkehrschluss sagen... Ja... Äh... Hätten sie von Anfang an einfach nur gesagt... Dass... Das nicht geschichtsrelevant... Äh... Ne... Dass sie nicht... Äh... Geschichtslich Relevantes reinmachen... Dann wäre nicht der Aufschrei so groß gewesen... Doch... Weil früher... In diesem japanischen Samurai-Setting... Kein... Dunkelhäutiger meistens drin war... Ähm... Dann wäre der Aufschrei trotzdem da gewesen... Verarschen könnt ihr mich selbst... Also... Äh... Könnt ihr euch selbst... Ne... Weil... Ne... Ähm... Euer Hauptproblem ist einfach immer noch... Die Rassismus-Keule... Sage ich euch jetzt schon mal... Wie es ist... Äh... Von den meisten... Auch wenn sie es nicht zugeben wollen... Ähm... Und... Äh... Ja... Es mag sein... Dass... Äh... Weil... Ubi Schrott hat geworben damit... Dass es... Äh... Dass man geschichtlich noch was lernen kann... Nein kannst du nicht... Wenn die Hälfte nicht stimmt... Aber... Eigentlich... Das ist ihr eigenes Eigentor... Äh... Da müssen sie... Sich den... Äh... Schuh anziehen... Sorry... Äh... Ich weiß nicht mal... Ob er wirklich ein Handwerker war... Ich... War Leonardo da Vinci nicht irgendwie mal jemand... Der mit... Kunst zu tun hatte... Irgendwie... Ne... Und nicht irgendwie mit Basteleien... Ich müsste mich... Genau... Ich hab mich da auch nicht informiert... Aber ich weiß einfach, dass... Äh... Das was du machen konntest war... Städte... Ganze... Paläste oder so... Konntest du... Damals so... In der Welt finden... Das war 1 zu 1... Eine Abbildung... Ähm... Ich weiß jetzt nicht... Äh... Es hieß auch... Das... Ähm... Das... Chinesische... Und nicht japanische Bauarten... Glaube ich... Oder umgekehrt... Auf jeden Fall nicht das... Was eigentlich da ist... Genommen wurde... Und da muss ich halt auch sagen... Ja... Das ist halt... Fail... Das wäre das erste Mal... In... Der ACT... Geschichte... Wo ich das erlebe... Egal ob London... Paris... Was auch immer... Ähm... Dass die mal... Falsch... Irgendwie... Ähm... Das Ganze... Gehighlightet haben... Ja... Das... Das... Das wäre... Ein wirklichen... Schuss vor den Bug... Aber... Es geht mir an die Leute... Die ja sagen... Ja... Mich hätte... Mich hat das nicht gestört... Dass der... Also beispielsweise... Äh... Mich hat das einfach gestört... Dass die sagen... Ja... Man kann geschichtlich was lernen... Ja... Aber wie viele haben aufgeschrien... Weil der... Weil der erste Aufschrei war wirklich... Den ich tausendfach gelesen habe... Es gibt ein dunkel... Es gibt keinen dunkelhäutigen Samurai... Zu der Zeit... Wohlbemerkt... Es geht um die Zeitlinie... Ähm... Ähm... Yasuke oder so... Gab es zwar... Er war der Schwerträger von... Oder... Also... Nobunaga... Ähm... Aber mehr auch glaube ich nicht... Aber... Ähm... Ja... Wie gesagt... Und dass er jetzt als Samurai gilt... Oder als Assassine... Das... Ja... Aber eben... Das ist der... Die freie Interpretation... Lasst... Denen ihren Spielraum... Das was wirklich gar nicht geht... Ist wenn sie wirklich... Ähm... Sagen... Eben... Promoten... Ja... Kannst du was lernen... Aber dann... Weder die Häuser stimmen... Noch... Das Geschichtliche irgendwie... Hinhaut... Ähm... Und noch das Setting dazu hinhaut... Na... Allgemein... Einfach das Ganze drumrum... Weil normalerweise hat das Ganze drumrum gepasst... Aber... Die Geschichte halt nicht... Na... Du konntest zwar sagen... Oh... Äh... Da Vinci war dabei... Äh... Äh... Keine Ahnung... Alle wichtigen Personen waren... Irgendwo mal dabei... Aber... Einfach das drumrum... Hat nicht gestimmt... Ja... Auch bei... Ey... AC3 war das... Glaube ich... Na... Ich glaube... Ja... Da war auch so ein richtig geiler dabei... Aber ich weiß es nicht mehr... Ich hab zu lange nicht mehr AC gezockt... Auch wenn ich AC im Namen hab... Aber für mich ist AC einfach immer noch... AC 1 bis 3 mit Desmond... Na... Genau... Äh... Connor war da auch der Hauptprotagonist in AC 3... Aber das DLC... Das war... Ja... Eigentlich nicht der Rede wert... Legit... Wenn ich so drüber nachdenke... Eigentlich ist AC 1 bis... AC 2... Brotherhood und... Revelations... Highlight... AC 3 hat man dann eigentlich nur noch gespielt... Wegen Desmond und hat... Wegen Desmond... Weil das seine Finale... Also sein Finale einläutert... Einfach legendär gewesen... Aber sonst... Ab da ist eigentlich AC... Komplett... Ja... Im Nirvana versunken... Kann man sagen... Immer schlechter geworden... Das einzige was ich wirklich noch... Gern gespielt habe... Und sogar zweimal platiniert habe... War Odyssey... Und ja... Odyssey... Und das... Ich hatte schon mal 100%... Es hat mir aber alles gelöscht wegen meiner PS4... Das war noch eine geile Zeit... Ohne Spaß bei meiner PS4... Die war überhitzt... Irgendwann hat sie mich... Hat sie sich komplett runtergefahren... Ich musste sie neu aufsetzen... Und das hat dann... Bei der Cloud... Die nicht mal mehr ging... Ja alles nicht gespeichert... Ähm... Ich hatte Spider-Man damals nicht mehr drauf... Ähm... Selbst Red Dead Redemption 2... Hat es mir gelöscht... Aber das habe ich nicht mehr... Re-Let's Played... Diese 200 Stunden... Die ich drauf hatte... Sind weg... Ja... Und ich musste das Let's Play... Das Ende... Verfrüht... Abbrechen... Weil... Äh... Die Daten weg waren... Und ich habe jetzt nicht... Ich habe gesagt... Ich mache jetzt nicht noch 200 Stunden... In einem Speedrun... Also... Nee... Und äh... Bei Odyssey allerdings... Da hatte ich so viel Fun... Weil es mir einfach... Gebockt hat... Dass ich das zweimal platiniert habe... Ja... Also wirklich... Also da habe ich... Jeden Stein nochmal umgedreht... Ähm... Ab ab da... Valhalla... Äh... Gameplay-technisch... Absolutes Masterpiece... Vom... Gesamten Gameplay her... Ähm... Welt... War... Überfüllt von Fragezeichen... Welt war... Absolut disgusting... Also... Ähm... Ja... Du solltest erobern... Und hast eigentlich keine... Fixe Storyline... Aber... Leute... Real Talk... No fucking way... Ähm... Kann man sich echt nicht geben... Also... Ich war froh... Als ich mit AC Valhalla durch war... Ehrlich gesagt... Und auch... Ich habe mir zwar die DLCs gegönnt... Ich habe mir... Alles durchgeballert... Aber... Ich muss sagen... Die DLCs waren Schrott... Also... Ähm... Vor allen Dingen... Mit den... Zusätzlichen Waffen... Die man hatte... Ich war OPS Fuck... Und ich wollte... Nicht... Dass ich mich runterschrauben muss... Ich meine... Ich habe auf... Zum Schluss bei mir... Auf schwer gespielt... Für mich... Ähm... War keine... War keine Herausforderung... War keine... Ich hätte glaube ich... Die höchste Schwierigkeit... Äh... Scheiße einstellen müssen... Um... Überhaupt... Getötet werden zu können... Mit meinem OP-Kack... Und... Ich finde... Zum Beispiel... Bei Elden Ring ist es gut gelöst... Du kannst... Von Anfang bis zum Ende... Eine Hau-Ausforderung haben... Mit den... Schwächsten... Aber auch mit den... Besten Waffen... Du musst sie halt einfach nicht upgraden... Und selbst wenn du... Eine Waffe... Glaube ich... In Valhalla... Nicht upgradest... Eine... Waffe... Also... Eine der OP-Waffen... Macht das halt... Du machst halt alles solo... Auf normal... Du solost die... Und... Das kann von mir aus... Echt nicht sein... Dass du ein Story-Spiel... Wenn du... Herausforderung willst... Gar nichts upgraden darfst... Und keine OP-Waffe benutzen darfst... Das ist einfach dumm... Ähm... Du möchtest doch trotzdem... Wenn du... Ein Vorbesteller warst... Und... X Sachen bekommen hast... Nicht damit ruhig rennen... Weil es einfach... Ja... Zu OP war... Ja... Ne... Verstehe ich wiederum gar nicht... Was die... Was Upi-Schrott sich dabei gedacht hat... Und irgendwann... Äh... Vor allen Dingen die ganzen Sets... So 25 Euro oder so... Das ist komplett behindert... Also... Ne... Ich hoffe... Dass auch Solo-Leveling... Davon... Weg geht... Legit... Denn... Solo-Leveling... Ist genau der gleiche Rotz... No... Solo-Leveling... Ist der gleiche Rotz... In grün... Ähm... Hat ein geiles... Äh... Geiles Gameplay... Hat geile Story... Ähm... Aber wenn du was kaufst... Dann... Greif mal in die Tasche... Ich bin noch Free-to-Play... Unterwegs soweit... Außer eben dieses monatliche Gedöns... Ähm... Was mehr XP... Mehr Geld... Und... Ein Ticket pro Tag gibt... Von den normalen Dingern... Aber... Das... Das... Das wiegt nicht groß... Du wirst schnell auf 80 kommen... Ja... Das... Das eine... Aber... Äh... Meine Waffen... Also... Leute... Also... Wenn ich da wirklich reinpayen müsste... Ne... Also würde... Dann würde ich so abgehen... Aber ich will das alles Free-to-Play schaffen... Und... Da werde ich... Äh... Auch noch ein paar Videos zu rausschallern... Das kann ich euch sagen... Aber ich muss da jetzt wirklich nochmal ein paar Mal Lack haben... Und endlich das Blauenblütenschwert bekommen... Zur Hölle... Aber... Das wird auch noch... Und dann... Let's it go, Freunde... Dann... Dann gibt es ordentlich Solo-Leveling-Content... Dann werden wir... Die Werkstatt des Strahlenden Lichts... Oder wie das Ding heißt... Komplett durchballern... Bis jetzt fahre ich da nur meine Sets zusammen... Damit die ich überhaupt da hochkomme... Ähm... Ab... Dem Ersten... Ähm... Ab dem Ersten... Oder so... Einfach nach diesem Scheiß... Oder am Fünften... Ich weiß es nicht... Kommt auf jeden Fall ein Update... Und da werden die... Ähm... Ähm... Wird die Schattenarmee gebarft... Da wird... Ähm... Das neue... Also... Ja... Die... Artefakte werden da neu dazukommen... Die... Level 73 und so... Ähm... Scheiße... Die man... Echt gut benutzen kann dann... Um weiterzukommen... Dann werde ich mich wahrscheinlich auf die stürzen... Und dann die komplett upgraden... Auf Level 20... Und dann... Äh... Rip... Würde ich mal sagen... Weil... Dann wird... Dann wird wirklich gesolot... Also... Dann wird Free2Play gesolot... Weil... Das geht meistens nicht mehr... Nicht sehr lange... Weil... Ähm... Du bekommst so schnell... Vor allen Dingen... Du kannst jetzt mittlerweile... Alle 6... Äh... Schlüssel auf einmal verwenden... Für... Instant Dungeons und... Replay Dungeons... Und das ist so angenehm... Ähm... Ja... Bist nicht mehr lange... Irgendwie dran... Ich hoffe... Das machen sie irgendwann auch noch für... Ähm... Die Gates... Dass man irgendwie sagen kann... Ja... Ich mach jetzt einfach nur... Gold Gates S-Rang... Und dann... Sucht es dir halt einfach die Gold Gates... Und mach die automatisch fertig... Oder... Dass du einfach... So und so viel Schlüsseln... Nehmen kannst... Und dann machst du ein Fight... Aber es zieht dir direkt 6 Stück ab... Also gibt dir... Im Wert von 6 Sachen Geld oder so... Also von 6 Trice Geld... Und dann... Hat man als monatlicher... Ähm... Geldspender kann man sagen... Ähm... Halt noch 8... Trice... Die man einfach skippen kann... Ähm... Ja... Das ist auf jeden Fall... Äh... Ah ne... Das wären 7... 7 Trice... Die man skippen müsste... Weil die anderen 8... Ja... Das sind dann 15... Die man maximal momentan haben kann... Zumindest... Bekomme ich keins mehr dazu... Aber ist okay... Ähm... Ja... Einfach um das Ganze schneller abzuhandeln... Weil du machst ja wirklich... Nur deine Dailies eigentlich... Im Prinzip zur Zeit... Wie in jedem anderen Gacha-Spiel... Und dann ist fertig... Aber das geht zum Teil... Also... Früher habe ich 2 Stunden gebraucht... Um alle Dailies abzuschließen... Alle Dailies... Ähm... Nicht fertig... Jetzt dachte ich irgendwie schon... Meine Kinder kommen nach Hause... Aber es ist okay... Wie viel habe ich jetzt schon geschwafelt... Sicher viel zu viel... Ist schon fast 51 Minuten... Ähm... Ja... Ich hoffe auf jeden Fall... Wie gesagt... Ähm... Ich kann das jetzt auch nur so machen... Weil ich natürlich... Eben... Ich mache... Freie Schnauze jetzt... Ähm... Und kann das so im Video lassen... Normalerweise... Müsste man das jetzt hier trennen... Und sagen... Ja... Das eine ist Real Talk... Das andere... Ist nicht Real Talk... Jo... Und ja... Vielen Dank fürs Zuschauen... Freunde... Wenn ihr bis hier dabei wart... Schreibt mal ein Hashtag... Ähm... Ehre... In die Kommentare... Dann sehen wir uns... Im nächsten Part wieder... Tödelü... von... Von... give孩... Ja... Schre... Pech! Insh 지금은... fluid... Até Ende... Aus... Insh... ın